Guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Heute ist ein trüber Tag, aber die Stimmung ist großartig. Ich habe meinen Errifizierer komplett renoviert, komplett überarbeitet. Ich habe versucht, die Maschine leiser zu machen. Dazu habe ich einen neuen Auspuff gekauft, einen neuen Auspuff gekauft von einem Vespa-Roller. Zweitakt Vespa-Roller. Ich hatte große Bedenken, ob damit der Motor leiser wird. Dann habe ich hier am Tank so Wärmeschutzmatten geklebt, damit der Tank nicht zu heiß wird und hier diese Abdeckung nicht zu heiß wird, weil das Rohr doch sehr, sehr dicht hier am Tank und am Motor vorbeiläuft. Dann habe ich alles abgebaut, was irgendwie klappern könnte. Ich habe noch mal intensiv mich mit der Funktion der Maschine beschäftigt. Hier waren so zwei Gasdruckfedern, die haben genau die falsche Richtung gearbeitet. Es war mal ziemlich schwierig, die Maschine hochzuheben, also wieder anzuheben. Es geht jetzt ganz leicht. Allein durch das Reinstechen der Spoons in den Boden kann man die Maschine quasi von selbst rausheben lassen. Dann habe ich den Winkel, den Einstechwinkel der Spoons hier verändert. Das sind hier die Spoons vom Errifizierer. Diesen Winkel hier, den habe ich verändert, den habe ich nach hinten gedreht, damit er, wenn er abgesenkt ist, Senkreis in den Boden rein sticht. Und so wie es aussieht, so wie es aussieht, ich habe schon mal einen kleinen Test gemacht, so wie es aussieht, steche ich 120 Millimeter in den Boden rein. Das ist natürlich mega. Es gibt keine Maschine auf dem Markt in der Größe, schreibt es mir, wenn es sie gibt, keine Maschine auf dem Markt, die das kann. Und ich wollte sie verkaufen. Bin ich irre. Ich habe die ganzen Teile noch mal entklappert hier. Wo es irgendwie ging, habe ich noch irgendwelche Schrauben nachgezogen, irgendwelche Gummielemente, hier auch zum Beispiel Gummielemente untergelegt, damit hier das Blech und die ganzen Metallteile möglichst wenig vibrieren. Die Mechanik hier, dieser Kurbeltrieb für die Spoons ist immer noch ein bisschen laut, ein bisschen knallt ein bisschen. Aber das ist jetzt der Zustand. Heute wird wieder gelocht mit Vollspoons, nicht mit Hohlspoons. Also wir wollen jetzt nicht wieder den Boden austauschen, sondern nur Luft in den Rasen, in den Boden reinbringen. Also werde ich einmal mit Vollspoons die ganze Fläche lochen und dann absanden. Und das kommt heute in dem Video. Oder vielleicht in einem Zweiteiler. Ihr werdet es sehen. Viel Spaß! So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Immer allerdings, hört euch mal an. Hier kommt überhaupt kein Geräusch mehr raus. Da hörst du nichts mehr. Das eins, was du hörst, ist vom Motor selber, von der Amikade, vom Holben. Aber der Ausbruch ist völlig lauflos. Echt cool. Die schnurrt. Ja, jetzt seht ihr hier schön das Lochprofil, wie schön gleichmäßig und gerade diese Löcher gestochen werden. Ohne irgendwelche Schäden oder irgendwelche Reißer. Der Spoon geht anscheinend richtig senkrecht in den Boden rein. Total cool. Ja, jetzt geht es weiter. Jetzt, wo wollen wir doch? Oh, Schatze, sie ist nicht ganz leise, weil die Mechanik ist noch relativ laut. Da schlägt noch irgendwas. Aber das wird eben der Kurbeltrieb sein. Das kriege ich jetzt nicht mehr leiser. Aber ich finde, das ist schon eine ganz andere Nummer als vorher. Diesem höllenlauten Motor, das ist schon gut. Musik 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 18 Löcher und in der Länge, also der Abstand, der Lochabstand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18 mal 17 sind 170, 56, 126. Ungefähr 180 plus 126 sind 300 Löcher. Ungefähr 300 Löcher. Angegeben ist es mit 330 Löchern, aber ungefähr 300 Löcher passt. Wahrscheinlich sind es dann die 330 Löcher. Und wenn man sich hier das Lochbild anguckt, ist das fast quadratisch. Er ist ein bisschen länger in dem Fahrabstand. Da haben wir 6 cm und hier in der Breite 5 cm. Also der Lochabstand ist 6 cm mal 5 cm. Damit könnte man auch die Quadratmeterzahl ausrechnen. Also ungefähr 300 Löcher pro Quadratmeter. Man sagt, ideal sind es so 350 bis 400 Löcher pro Quadratmeter. Also er ist ein bisschen, ja, er ist ein bisschen zu wenig Löcher, aber das ist schon ziemlich gut für die Maschine. Und so macht man das. Und was wir jetzt noch machen können, wir können mal die Tiefe überprüfen. Das wollte ich auch nochmal machen. Moment. Wie tief sticht der? Dann nimmt man jetzt irgendeinen langen Stab oder irgendeinen langen Dorn und geht in das Loch rein, bis unten es hart ist. Und dann halte ich den Finger ran und geht ans Zollstock ran. Ja, 110. So, das sind 110 Millimeter. Dann haben wir ein anderes Loch hier nochmal. Das Loch nochmal. Ja. Geh hier nochmal rein. Hier schön. Ja, guck mal, der hier ist auch 125. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, also zwischen 110 und 120 Millimeter Lochtiefe. Das muss gar nicht so tief sein. Also der Wurzelhorizont, der geht so bis 7, 8 Zentimeter. In der Regel, also 7, 8 Zentimeter Lochtiefe reicht eigentlich aus. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hier ein bisschen tiefer zu gehen. Und dann nutze ich das natürlich auch aus. Also je tiefer, desto schöner. Aber die meisten Handärifizierer, die gehen nur bis 6, 7 Zentimeter tief. Das reicht schon aus, um im Wurzelhorizont die Luft in den Boden reinzubringen. Früher habe ich von Wasser geredet, heute rede ich von Luft. So ändern sich die Zeiten. Der springt so gut an. Öl hat Wechsel, glaube ich, für uns auch noch gemacht. Und dann geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.